Die sogenannte Easy-Stress-Scan. Mit diesem Flauschilein da. Das schaut cool aus. Das ist so ein Knuddelpälzchen. Die Easy-Stress-Scan, der Herr Greier verschwindet. Aber Leo, du kannst beruhigt sein. Die filmende Mamsel hat vergessen, das Mikrofon einzuschalten. Also überhaupt die Kamera, aber ich glaube, die hat es vergessen. Die Kamera hat es schon ein, weil es ist alles ohne Ton. Das ist gut. Das ist immer für Vorteil ohne Ton, gell? Ja, bei mir ist es auch für Vorteil ohne Bild. Ohne Bild und ohne Ton ist auch gescheitert. Gut, ich habe mir schon weggeschwenkt. Es tut auch der Kamera besser. Aber deinem Gemächt nicht. Ja. 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 Ja.